Oh wow, wie atemberaubend das aussieht! Willkommen auf dem Maskenfest! Heute ist nur der erste Tag, es läuft noch etwas länger. Und ich war sogar tatsächlich auf dem Maskenfest, so ganz in echt meine ich, und habe dabei die drei Starter getroffen. Besonders süß war das Quacks, das hier herumgewatschelt hat. Ganz viel Spaß mit diesem Video. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Kamesin, türkisgrüne Maske, hier auf Katze. Wir haben in der letzten Folge den Auftrag von Yo bekommen, dass wir ihn mal zu Hause besuchen sollen. Er ist nämlich auf dem Weg dorthin, um sie vorzubereiten, denn heute findet das Maskenfestival statt. Und darauf freue ich mich sehr, das große Maskenfest hier in Kitakami. Und da vorne ist auch schon das Haus. So, wollen wir doch mal sehen, ob wir vor ihm da sind. Kann ich mir nicht vorstellen, aber... Man weiß ja nie. Yo, bist du schon da? Oh, da ist er. Opi, ich bin wieder da. Oh, willkommen daheim, Yo. Wen hast du denn da mitgebracht? Ähm, das ist Thomas. Er nimmt auch an der Exkursion teil. Ah, verstehe. Ihr zwei seid also Freunde, hm? Ja, genau. Wir sind Freunde. Ach, echt? Freunde? Das... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber es klingt schön. Freut mich, dass du dich so gut mit unserem Yo verstehst, Thomas. Nanu, hast du einen Freund mitgebracht? Ja, das ist Thomas. Und das hier ist meine Omi. Ach, wie schön. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Thomas. Schaut nur, wie spät es schon ist. Du meine Güte. Beinahe hätte ich es vergessen. Heute Abend fängt ja das Maskenfest an. Na dann, ihr zwei. Ich habe genau die richtige Kleidung für euch. Damit seid ihr perfekt auf das Fest vorbereitet. Ja, Festoutfits. Okay, okay. Wartet hier kurz. Die Haare müssen dann auch noch hergerichtet werden. Und schwuppdiwupps. Das sieht doch wunderbar aus. So. Das sieht doch schick aus. Oh, wow. Es sieht jetzt ganz anders aus. Cool. Hat was. Wow. So habe ich mir das vorgestellt. Das steht dir wirklich prächtig. Es fühlt sich fast sonn. Als hätten wir noch einen Enkel dazu bekommen. So fesch, wie du aussiehst, findest du sicher auch hierfür eine Verwendung. Schau mal. Eine grüne Style-Karte. Okay, was ist das denn? Wer diese Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl. Bei Kleidor-Geschäften und Friseuren in der Stadt hast du damit wohl mehr Auswahl. Thomas und ich gehen gleich zusammen zum Maskenfest. Darum... Aha. Sag bloß. Das kann dir doch egal sein. Was machst du überhaupt hier, hä? Ah, richtig. Äh, Oma. Ich kann meine Maske für das Fest nicht finden. Ah. Eigentlich müsste ich sie letztes Jahr in den Schuppen geräumt haben. Die Tür sollte offen sein. Also geht doch zusammen nachsehen. Alles klar. Wer als letzter ankommt, ist ein faules O-Wei. Hey, das ist nicht fair. Das nennt man wohl Geschwisterliebe. Entschuldige den Tumult, Thomas. Die beiden sind ungestüm wie eh und je. Alles in Ordnung. Dann gehe ich mal schnell hinterher. Vielleicht kann ich den beiden ja helfen, ihre Masken zu finden. Oh, hol dir eine Maske, lautet die Aufgabe. Dann wollen wir doch mal sehen. Vielleicht bekomme ich tatsächlich eine. Hallo, ihr zwei. Da bin ich auch schon. Ah, ich fasse es nicht. Hanna, Thomas ist hier. Oh? Tja, fühlst dich schon richtig zu Hause, so wie du hier herumstolzierst, was? Im Schuppen waren jedenfalls nur zwei Masken. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Dann gehst du halt ohne Maske. Ach, oh nö. Aber schon okay. So ist es eben. Hihihi. Ach komm, jetzt guck nicht so betröppelt. Als Entschädigung bekommst du jetzt zu sehen, wie gut ich in meinem Festoutfit beim Kämpfen aussehe. Du willst also kämpfen? Na gut. Na los, auf Position. Okay, ein Kampf gegen Hanna. Ich bin bereit mit meinen neuen grünen Flipflops. In Ordnung. Ach, los geht's los. Ich bin Hanna und das ist mein Morpeko. Morpeko, in Ordnung. Von Typ Unlicht-Elektro. Und Unlicht-Pokémon haben eine Fäden-Schwäche. Lass dich ruhig von meinem hübschen Look ablenken, damit ich dich fertig machen kann. So, Knudler-Attacke. Los geht's, Katze. Knuddel mal dieses kleine, süße Morpeko. Wie kommt das zustande? Bist du etwas sauer wegen der Maske? Wehe, du setzt nochmal eine sehr effektive Attacke ein. Morpeko, tja. Du hast einen Fokusgurt. Und damit kannst du es nicht besiegen. Und jetzt Donnerwelle. Oh nein, bitte keine Paralyse. Oh doch. Ach, damit hast du wohl nicht gerechnet, was? Tja, unterschätzt mich mal lieber nicht. Und Morpeko ist jetzt sauer. Das macht mir keine Angst. Jetzt gibt es die Kehrtwende. Nicht so schnell, Aura-Rad. Hm, gar nicht mal so übel. Aber wirklich effektiv war das nicht. Die Kehrtwende sorgt dafür, dass Morpeko besiegt wird. Und ich jetzt auf mein Pokémon wechsle. Katze, gut gemacht. Komm erst einmal zurück. Und erhol dich in deinem Pokéball. Ah, ärgerlich. Na gut. Wollen wir doch mal sehen. Zeit, mein nächstes Pokémon zu rufen. Okay, ich starte erstmal mit Dragoran. Mit unserem Iona. Und hier kommt Fala... Was? Fala-Litscher? Fata-Litscher meine ich. Fata-Litscher. Was auch immer das ist. Oh, okay. Nochmal so ein Matcha-Pokémon. Ist das die Entwicklung oder die Vorentwicklung oder... Was genau ist das? Zumindest hat es jetzt einen Bambusbesen in der Tasse. Damit man das schön aufschäumen kann. Ach, ich sehe schon ein reines Paralyse-Team, oder? Du sagst es. Schmarotzer-Attacke. Oh, das war stärker, als ich dachte. Eisenschäbel. Und damit besiege ich Fata-Litscher. Wie kommt man auf den Namen Fata-Litscher? Naja, wie auch immer. So, jetzt kommt noch ein Magnaien. Und da bleibe ich doch mal im Kampf und versuche es anschließend mit einer Drachen-Attacke. Okay, Magnaien, du bist definitiv schneller als dieser olle Drache. Hey, unterschütze niemals einen Dragoran. Jaula! Erhöhe deinen Angriff, damit wir Dragoran besiegen können. Jetzt gibt es den Wutanfall von Dragoran. Und das besiegt Magnaien. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, herrje, Mini. Naja, so schnell geben wir nicht auf. Denn ich habe noch einen Ass im Ärmel. Ich werde dich trotzdem platt machen. Und es mir dann auf dem Fest so richtig gut gehen lassen. Los geht's, Fulikon. Ach so, das ist Fulikon. Fulikon hat eine richtig coole Weiterentwicklung. Das sind Pflanzen-Käfer-Pokémon. Aus Schwarz-Weiß. Wenn mich nicht alles täuscht. Ziemlich cooles Pokémon hatte ich damals bei meinem ersten Durchlauf. Durchlauf. Durchlauf ebenfalls. So, jetzt. Ähm, Drago. Okay, Käfer gepumpt. Nicht sonderlich stark, aber interessant. Und jetzt, sobald ich nicht mehr verwirrt bin, komme ich zum Zug. Und attackiere mit... Ja. Es kommt durch. Wutanfall. Oh nein, Fulikon! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Erhol dich erst einmal in deinem Pokéball. Das gibt's doch nicht. Oh, Mensch. Hey, lass dich gefälligst von meinem Anblick verzaubern, ja? Ja, ich versuch's beim nächsten Mal. Hm. Nun gut. Ach, mir auch egal. Ist ja nicht so, als müsste ich dir jetzt dafür meine Maske geben. Nichts da. Dann setze ich sie gleich mal auf. Hehe. Und schwuppdiwupps. Hey, das sieht echt cool aus. Na? Sieht gut aus, oder? Ach, ich geb dir einfach meine Maske, Thomas. Auf keinen Fall! Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Schon vergessen? Außerdem ist dir deine Uni-Maske doch unheimlich wichtig, oder etwa nicht? Schon, aber... Thomas kann sich auf dem Fest auch einfach eine eigene Maske kaufen, okay? Mach dir nicht so einen Kopf. Also dann, auf geht's! Und zack, weg ist sie. Tut mir leid, Thomas. Meine Schwester nimmt echt kein Blatt vor den Mund. Aber sie hat auch wie verrückt nach der Maske für dich gesucht, bis du zum Schuppen kamst. Sie wollte wirklich nicht, dass du leer ausgehst. Aber erzähl ihr bloß nicht, dass ich dir das verraten hab, okay? Keine Sorge. Aber dann scheint sie doch ganz lieb zu sein. Das Maskenfest findet beim Kulturzentrum statt. Wollen wir los? Ich geh schon mal ein paar Schritte vor, ja? Warte, wir können doch zusammen gehen, oder wir gehen getrennt. Begib dich zum Maskenfest. Ja, am Kulturzentrum. Da waren wir bereits in der letzten Folge. Daher wissen wir ganz genau, wie wir da hinkommen. Das ist ein Katzensprung für uns. Oder sagt man in dem Fall ein Choraidon-Sprung? Spaß beiseite. Spaß beiseite. Es ist egal, ob man da hinläuft oder aber mittels Karte dorthin fliegt. Und damit hätten wir es geschafft. Kitakami Kulturzentrum. Hier findet das Fest statt. Oh, wow. Wie schön. Schaut euch das mal an. Wie schön, dass alles geschmückt ist. Und die ganzen Stände. Oh, und die Musik. Ja, hier gibt es einiges zu entdecken. Kleine Spiegelchen. Kleine Leckereien. Ah, das gefällt mir gut. Hier gibt es noch einige Stufen. Die sind bis nach oben. Oh, Moment mal. Ist das vielleicht das Pokémon, welches uns in der letzten Folge beobachtet hat? Das könnte sogar gut sein. Ob das dieser Oni sein könnte? Hm, vielleicht finden wir das noch heraus. Willkommen auf dem Maskenfest. Heute ist nur der erste Tag. Es läuft noch etwas länger. In Paldea habt ihr bestimmt keine so großen Feste, oder? Ähm, gute Frage. Stimmt, sage ich jetzt mal. Wusste ich's doch. Kitakami kann es locker mit euren acht so tollen Großstädten aufnehmen. Nimm's nicht persönlich, Thomas. Alles gut. Schon okay. Und weil ich so nett bin, schieß ich für uns ein Erinnerungsfoto. Gib mal deinen Rotom-Stick her. Äh, ja, bitteschön. Okidoki. Und jetzt. Cheese. Rück mal ein bisschen mehr ran, ihr beiden, ja? Autsch, du stehst auf meinem Fuß, Hannah. Ach, stell dich nicht so an. Das wirst du ja mal kurz aushalten können. Okay, alles bereit? Sag Pipi. Pipi. Ist schon fertig? Ja, ja, schon fertig. Da kommt ja richtig Feststimmung auf mit euch. Das Maskenfest fallen mir zu Ehren unserer tapferen Helden, der drei Gefährten. Diese drei Pokémon haben Kitakami vor langer Zeit vor einem Ungeheuer beschützt, dem Uni. Deswegen ist das Masken-Design der meisten Dorfkinder auch von den Gesichtern der drei Gefährten inspiriert. Hä? Was kicherst du so blöd? Ach, nichts. Ich hab mir nur gedacht, dass du gar nicht so über den Uni weißt. Wie bitte? Ich hab ja wohl mehr Ahnung von den Legenden Kitakamis als du. Was fällt dir eigentlich ein? Aber ist ja klar, dass ein Baby wie er eher von den Bösewichten beeindruckt ist. Er mag den Uni sogar mehr als die drei Gefährten. Oh, schaut mal. An dem Stand da gibt's kandierte Äpfel. Kommt, wir holen uns welche. Ey, warte nicht so schnell. Kandierte Äpfel klingen super. Aber wisst ihr was, bevor es da hingeht, muss ich sagen, tatsächlich wollen wir uns das Maskenfest mal genauer ansehen. Denn ich war selbst auch dort. Danke an Pokémon, die mich zum Maskenfest eingeladen haben, um die neue Erweiterung von Pokémon Karmisien und Purpur gebührend zu feiern. Schaut euch das mal an. Das ist das Maskenfest nachgebildet, nachgebaut mit den kandierten Äpfel, wo wir jetzt mit Jo hingehen werden. Als auch mit all den Attraktionen, die ich natürlich ausprobiert habe. Wie hier zum Beispiel das Werfen von Bällen auf Pokémon, um sie zu fangen. Hier konnte man Ringe werfen. Trifft man alle Pokémon? Kann man sie alle fangen? Oder was haltet ihr hiervon? Die kleinen süßen Sushi-Pokémon-Catchen. Sehr, sehr toll in Szene gesetzt mit vielen Attraktionen. Und hier seht ihr mich schon, wie ich gerade am Angeln bin. Das tolle Sushi-Pokémon hatten wir ja auch im Team. Ihr erinnert euch bestimmt daran. Und das Werfen mit den Bällen als auch mit den Ringen erfordert schon viel Geschick. Macht aber auch unglaublich viel Spaß. Mein persönliches Highlight war die Matcha-Zeremonie. Da dabei sein zu dürfen war der absolute Knaller. Aber natürlich dürfen wir die ganzen Pokémon nicht fehlen. Pikachu war mit von der Partie. Schaut es euch an. Damals hat es noch Katze fressen wollen. Natürlich nur auf Spaß. Und heute hat es viel getanzt. Genauso wie die Starter-Pokémon der Paldea-Region. Da hat jeder von euch seinen Favoriten. Wer ist es bei euch? Filori, Krokel oder Quacks? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, ihr seht schon, alle sind super knuffig. Und ihr werdet im Laufe der Szenen und des Videos noch sehen, dass besonders Quacks extrem lustig war. Ja, da seht ihr mich, wie ich hier zwischen den zwei Startern Quacks und Felori stehe. Und Krokel war gerade nicht da, aber dann gab es nochmal ein Tänzchen mit den dreien. Und schaut euch mal Quacks an. Ah, goldig. Richtig goldig. Und schaut euch jetzt mal das Zurückwatscheln an. Absolutes Highlight. Was für ein kunterbuntes und süßes Kostüm. Kann ich nicht anders sagen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da teil sein durfte, um einfach diese Erweiterung für Pokémon, K-Mission und Purpur, die Zone 0, das Geheimnis um Zone 0, näher zu erforschen. Und die türkis-grüne Maske nun mit euch spielen zu dürfen. Und das sind wohl die drei Gefährten. Okay, ich würde sagen, wir tauchen jetzt aber wieder in das Spiel ein und wollen das Maskenfest im Spiel ebenfalls erleben und weiter erkunden. Okay, Jo hatte gesagt, ich soll doch zu ihm kommen, weil es da vorne kandierte Äpfel gibt. Aber Jo, wo bist du denn gerade? Ah, hier stehst du. Hier sind die kandierten Äpfel. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was er uns erzählen wird. Ähm, zwei kandierte Äpfel, bitte. Aber gerne doch. Zwei Stück kommen sofort. So, bitteschön. Dankeschön. Oh, danke. Hier für dich, Thomas. Äh, danke, aber echt? Umi hat mir extra etwas Geld mitgegeben. Also nimm ruhig. Kandierte Äpfel bekommt man sonst nicht so leicht. Deshalb ist das was Besonderes für mich. Umi macht zwar auch gut Nachtisch, aber bei ihr gibt's immer nur Mochi. In Kitakami leben übrigens auch Pokémon, die ein bisschen so aussehen wie kandierte Äpfel. Komm, lass uns als nächstes da lang gehen. Warte, warte, nicht so schnell. Wo willst du denn jetzt hin? Okay, dann erforschen wir mal das Fest. Hm, Jo scheint irgendwo hier in der Nähe zu sein. Vielleicht möchte er auch mal dieses Fishing-Minispiel spielen oder mit den Pokébällen Pokémon abwerfen. Oder vielleicht möchte er Ringe werfen. Irgendwo wird er sich doch aufhalten, oder? Zugegeben, aktuell sehe ich ihn nicht. Aber der kann doch nicht weit entfernt sein. Jo, bist du irgendwo hier? Hey, wirklich, keine Spur. Also im Moment kann ich ihn nicht sehen. Habe ich irgendetwas übersehen? Okay, nochmal runter zu den Ständen. Jo, wo bist du? Jo, altes Haus. Du musst doch hier irgendwo in der Nähe sein. Hm, ich sehe ihn aktuell nicht. Ich meine, er ist stark erkennbar an seiner Frisur, aber vielleicht, weil er die Maske trägt? Hm, so richtig salzig, gebratene Nudeln versetzt mich sofort in Feststimmung. Das ist toll, Hannah. Ich frage mich allerdings, wo Jo ist. Oh, ja, schau dir erstmal in Ruhe das Maskenfest an. Denn solange wir hier sind, sollten wir nicht einfach gehen, das ist ja klar. Hier gibt's Splitter-Eis mit so viel Sirup, wie du nur möchtest. Oh, Splitter-Eis, okay. Warum nicht? Das können wir uns doch auch mal gönnen. Splitter-Eis mit Zitronensirup. Okay, Splitter-Eis für das gesamte Pokémon-Team. Kommt sofort. Ich hoffe, Koraiton mag das auch. Es ist zwar kein Sandwich, aber hoffentlich mindestens genauso lecker. Ja, oh, Splitter-Eis. Oh, ich liebe es. Ja, wunderbar. Sehr schön, sehr, sehr toll. Raid-Kraft für Käfer und vieles mehr gesteigert. Gut. Kandierte Äpfel. Genau, hier gibt es Nudeln. Aber das funktioniert so ähnlich wie gerade mit dem Splitter-Eis. Das heißt, ich kann mir hier tatsächlich Nudeln kaufen, um mein gesamtes Pokémon-Team zu füttern. Um dann die Fangchancen oder die Fangkraft zu erhöhen und, ja, kleine Besonderheiten auszufüllen. So, und hier gibt es, ja, die kandierten Äpfel. Das ist auch ganz nett, aber da habe ich ja schon einen bekommen von Mimio. Hier gibt es Eis. Und hier Sirup bis zum Umfallen. Das sind die Stände hier. Alles klar. Hier steht der Jo auch nicht. Mensch Jo, was ist denn los? Warst du dich verkrümelt, mein Kleiner? Jo, wo steckst du? Moment, wer bist du denn? Das Uni-Austreibungsspiel ist in vollem Gange. Mach doch mit, es war ein toller Preis auf dich. Oh, da ist Jo, oder? Doch, das ist er. Doch, endlich habe ich dich gefunden. Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen beim Uni-Austreibungsspielen. Möchtest du teilnehmen? Äh, ja, warum nicht? Hey, Moment mal. Du bist doch eines der Kinder aus Paldea, oder? Ach, weißt du was? Dann brauchst du für deine Teilnahme auch nichts zu zahlen. Sieh es als ein Willkommensgeschenk an. Versuch ruhig dein Glück. Ich feuer dich an. Aus der Ferne. Okay, Jo. Na sowas. Nimmst du etwa am Uni-Austreibungsspiel teil? Ich habe mich auch gerade dran versucht. War ein Kinderspiel für mich. Mein Punktestand war übrigens 6.390. Bin ja mal gespannt, ob du das überbieten kannst. Naja, ich werde es versuchen. Du schaffst das, Thomas. Los, los, los. Oh, mit Choraidon. Das Uni-Austreibungsspiel ist eine traditionelle Veranstaltung in Midoriya. Aufgabe ist es, eine Menge an Bären einzusammeln und dann zu den Bärensockeln zu bringen, um eine hohe Punktzahl zu erzielen. Auf dem Spielgelände gibt es Ballonis, genannte Ballons in vier Farben. In jedem Einzelnen befindet sich eine Bäre, die du erhältst, indem du den Balloni zum Platzen bringst. In der Basis befinden sich vier unterschiedlich gefärbte Bärensockel. Auf ihnen kannst du durch Drücken des A-Knopfes Bären mit passender Farbe ablegen. Das Spiel ist zu Ende, sobald du die erforderliche Anzahl an Bären auf den Sockeln platziert hast. Manchmal erscheinen gefräßige Pokémon an den Bärensockeln und versuchen, deine angesammelten Bären zu vernaschen. Ignorierst du diese Pokémon, futtern sie immer weiter. Nähere dich ihnen und drücke die R-Taste, um sie durch Brüllen zu vertreiben. Level 1 benötigte Bären. 2, 2, 2 und 4 für grün. Okay, das sind die Sockeln hier bei den Farben. Und was muss ich tun? Einfach nur reinrennen? Ah, so sammle ich. Okay, das wäre grün. Und solange ich noch Platz in der Tasche habe, sammle ich noch die anderen Farben. Ist doch viel besser. Okay, das sollte eigentlich ausreichen. Ich könnte jetzt hier noch weiter sammeln. Ich weiß nur nicht, ob das vorteilhaft ist. Weil solange ich noch Platz in der Tasche habe, ist es doch in Ordnung, oder? Und dann sollen wir zu den Socken. Wo sind die denn nochmal? Da oben, oder? Ich glaube, ja, das müsste der Ort sein. Doch, da sind die Socken. Und die müssen wir jetzt auffüllen mit den Bären. Okay. Achso, mehrmals raufdrücken. Okay, verfehlen. So. Hier. Und noch die schwarzen Bären. Abgeschlossen. Das war einfach. Zwei, vier, zwei und zwei. Vorbereit. Achso, Level zwei. Okay, es geht noch weiter. Fünf, fünf, vier und sechs. Na gut. Dann laufen wir gleich los. Und sammeln wieder fleißig Bären ein. Fünf, vier von. So, ja. Von den schwarzen brauche ich noch eine Bäre. Noch zwei grüne. Dann brauche ich noch fünf Rote. So, das kann ich mir da drüben holen. Eins, zwei, zwei, vier, fünf. Okay. Damit habe ich wieder alles aufgefüllt. Jetzt muss ich zurück zu den Sockeln. Und die Bären wieder einsetzen. Ist doch gar nicht so schwer. Das machen wir mit links. Und wir haben noch super viel Zeit. Achso, die Zeit wird uns nicht nochmal neu gut geschrieben. Wir machen genau an derselben Stelle zeitlich gesehen weiter. So, abgeschlossen. Sehr gut. Level zwei abgeschlossen. Und geht es weiter noch mit... Ja, es geht noch weiter mit Level drei. Okay. Sechs und dreimal die acht. In Ordnung. Ich mache mich direkt bereit. Und laufe da direkt durch die Linie hindurch. So, diesmal sollte ich vielleicht darauf achten, dass ich nicht zu viel von einer Sorte einsammle. Weil ich da nicht so viel Platz in der Tasche habe. So, okay. Ja, das war jetzt definitiv zu viel Rot. Und ich habe schon die Hälfte meines Platzes eingenommen in meiner Tasche. So, zwei Grüne noch. Zwei Grüne noch. Und zwei so. Und dann wollen wir noch Blaue. Die Blauen sind aber gut versteckt. Relativ weit weg. Nein. Leider in... Oh ja. Mehr Bären kannst du nicht tragen. Mir fehlen aber fünf Blaue. Sonst kann ich nicht in das nächste Level einsteigen. Okay. Dann legen wir die erstmal ab. Und ich hoffe, dass ich jetzt keinen Ärger bekomme mit den gefräßigen Pokémon, die gleich auftauchen könnten. So, Blaue gibt es hier. Und ich brauche fünf Blaue. So. Es werden schon mal vier. Und oh, oh, oh. Sind da Pokémon? Sah so aus. Oh, jetzt fehlt mir wieder Grün. Herbert. Nee, eins. Ach nee, ich habe eine Grüne. Okay, ich brauche jetzt... Nee, Moment. Oder? Ich bin gerade total verwirrt. Uah, jetzt merke ich erst die Schwierigkeit an diesem Minispiel. Ey, Moment. Da ist ein Raffel. Raffel und Schlaraffel sind auch hier. Weg da. Das sind meine Bären. Die habe ich gerade frisch gesammelt. Nein, nein. Ich brauche Grün. Ich brauche Grün. Äh, Blau meine ich. Blau. Nein. Die fressen mir das weg. Ich brauche hier auch noch schwarze Bären. Boah, das ist fies. Ich habe nicht mal mehr als eine halbe Minute. Uah. Hahaha. Okay, jetzt wird es wild. Oh, Herr Jemini. Die fressen mir tatsächlich die Bären weg, die ich bereits eingesammelt habe. Hey, husch, husch. Wie viele Schlaraffel da einfach aufgetaucht sind. Ich brauche jetzt tatsächlich acht blaue als auch acht schwarze Bären. Oh, nee. Das schaffe ich nicht mehr. Die Zeit ist um. Na, toll. Mal gucken, wie hoch die Punktzahl ist. Mamfaxo war auch dabei. Mensch, Mamfaxo. 5.339. Also, Hana ist auf jeden Fall besser. Aber das ist okay. Für meinen ersten Durchlauf bin ich ganz zufrieden. Gut gemacht. Mal sehen. Du hast 5.339 Punkte erzielt. Dafür bekommst du einen Preis. Hier, bitte. Einen EP-Pin. Was mache ich denn damit? Ein mysteriöser, elastischer Glücksbringer, durch den Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten. Oh, praktisch. Ich, Hana, die Königin der Balloni-Jagd, bleib auch diesmal ungeschlagen. Am liebsten würde ich dich gleich nochmal übertrumpfen. Aber ich habe nicht mehr genug Geld dabei. Naja. Jo, dann musst du ihn eben an meiner Stelle nochmal in die Schranken weisen. Äh, was? Ich will aber nicht. Na, hör mal. Du kannst doch nicht einfach deiner Schwester für einen Fremden in den Rücken fallen. Hast du sie noch alle? Ah. Tut mir leid, dass sie so einen Aufstand macht. Ich werde versuchen, sie wieder zu beruhigen. Schau du dich ruhig weiter auf dem Fest um. Äh, ja, mach ich, Jo. Vielen Dank. Mal sehen, was wir... Moment mal. Den kennen wir doch. Das ist doch dieses mysteriöse Pokémon, welches uns erst vor kurzem beobachtet hat. Hm. Wer könnte das sein? Das ist doch ein Pokémon, oder? Ich glaube nicht, dass es ein verkleidetes Kind ist. Hey, wer bist du? Warte doch mal. Sag uns... Verrate uns, wer du bist. Und was du hier suchst. Hä? Scheint ein fröhliches Kerlchen zu sein. Jetzt hat es uns bemerkt. Hey, wir wollen nichts Böses. Alles in Ordnung bei dir? Mein kleiner Racker? Bist du ein Pflanzen-Pokémon? Pan? Ein rätselhaftes Kind mit einer Maske starte ich an. Ähm... Das Fest ist toll, oder? Du hast echt eine coole Maske, muss ich sagen. Haha. Pan! Pan! Hey, Thomas! Hör dir das an! Jo ist beim Uni-Austreibungsspiel echt so nichts zu gebrauchen. Eine absolute Null! Hä? Hä? Oh nein, jetzt geht es weg. Hä? Wer war das denn? Das weiß ich leider auch nicht. Aber das werden wir spätestens in der nächsten Folge vielleicht herausfinden. Meine Lieben, tippt doch mal auf dieses Video. Das wird euch bestimmt begeistern. Vielen Dank fürs Zusehen und bleibt katztastisch. Gärchen!